Und doof. Hat jemand einen Spion gerade? Nein, hat sich gerade erledigt. Wir leben noch, wir vereinigen den Sandi, solange wir können. Ach komm. Die Max lebt immer noch, ist das Sepp? Wo wäre er? Die campen die ganze Zeit irgendwo rum beim Sandi. Das soll ja gut. Ihr sollt alle die Base zurück, ihr könnt hier eh nix mehr cappen. Alle die tot sind zurück. Ab ihn. Das ist doch wer. Ja, ich hab jetzt keine Mille mehr. Ey, ich kann mich irgendwie nicht mehr bei der Hunde. Nein, kommst du auch nicht hin. Kommst du da oben auf den Baum? Linksüber hier? Nein, da komm ich auch nicht hin. Ich wollte gerade reparieren, aber während ich umgerüstet habe, wurde ich erschossen von einem Hunderter. Soll es ja nicht rausgehen. Ja, ich muss aber den Sandi retten, mein Freund. Nein, ne Kripp verlieren wir. Ihr hinter dir, pass auf! War nicht nicht. Boah, ey, da kommt man nicht mehr weg von dem Sandro. Was war, die nur anordnen, Leute. Komm, ich meine, wir greifen die Basis dahinter wieder zurück. Ja, nicht mehr. Boah, wir sind deutsch gerade, aber wir... So. Und jetzt greifen wir so und so was anderes an, weil das haben wir so und so, jetzt da ein bisschen schwer eine 3.Base jetzt einzunehmen. Eben, wir sind zu wenig dafür. Castle's Crossing ist auch eine 3.06. Ja, wir kennen uns jetzt woanders hin, ganz ehrlich. Wer hat jetzt wahrscheinlich da auf die Ivano-Front unten wechseln? Nein. Ey, Futur ist jetzt wieder eine Max-Einheit, oder was? Ja, das kann ich jetzt machen. Brauchen wir einen Max, Edel Styler? Nein, wir machen jetzt wieder Steril Operation. Also keine Max. Nein. Was machen da die Tyraner? Oh, so. Wenn ihr wollt, wir können auch Galaxy Drop machen. Machen wir Galaxy Drop. Okay. Ja, wir können alle verlegen. Ey, Dark. Ja. Wenn ich mich auf der Home-Seite einloggen will, dann äh, kommt, ähm, Passwort ist falsch. Ja. Dann hast du ein falsches Passwort an hier. Sagt er immer. Habe ich auch immer gehabt und dann musste ich mich immer neu anmelden. Komischerweise klappt es ja bei dir auf einmal. Ja, ich habe jetzt ein nachensicheres. Was willst du denn? Das, was ich endlich merken kann. Immer, komm mal weg. Oh, diese Hochgeschwindigkeit schon mal wieder. Ciao. 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 Whistle, dizzle, nizzle. Keine Ahnung. Du könnt ja eigentlich alle nicht selber beitreten. Ich habe doch die Dream-Rekrutierung drin. Nein, du hast Ding drin, das nicht... Aber ich weiß doch, ich lade die Leute doch noch rein. Lappen, geh mal. Bin wieder positiv in euer Verbündeten-Kiss. Ich bin nicht sch... Warum sagst du einfach nichts, Sven? Weil das ist jetzt vorgelassen, dass in der Aufnahme, ansonsten hättest du es vollkommen umgangen. Ich kenne dich doch. Wieso, du hast jetzt einfach sagen können, jetzt bin ich wieder positiv, dank und nach den ganzen Kameradenkill. Ja, was für Kameradenkillst. Achso. Also da musst du jetzt bitte schon mal die Leute aufklären, ich verstehe das ja nicht. Ja eben, du bist halt ein Lappenbiss halt dauernd vor die Flinte gelaufen, dann kann ich nichts dafür. Ja stimmt, ich wurde wiederbelebt und von Biest erschossen und wiederbelebt und von Biest erschossen und wiederbelebt und von Biest erschossen und zwischendurch haben mich mal Fauna, Futur und Markus gekillt. Komisch. Und jetzt eine ohne Mitleid für den Lappen-Gamer und dann geht's weiter. Also... Ja, du wurdest ja jedes Mal... Ups, ohne Schade, Freude erwischt. Das war halt... Nein, ich wurde nicht jedes Mal wiederbelebt. Natürlich nicht. Sie müssen dann als ich da war, wo du bist. Ja, ich wurde bei Dark wiederbelebt. Das waren ungefähr drei Kissen und die hat mich keiner geholt. Jetzt schleimt es sich wieder ein. Nein, ich schleim mich nicht ein. Ja, also als ich dich getötet hab, war die ganze Zeit Dark daneben. Ja, trotzdem hab ich einen Tod von dir bekommen. Wieso? Weil das dich einmal nicht geholt hat. Beim letzten Mal. Das ist froh, dass das keine Operation ist, weil ich das echt... Ja, aber mich regt sowas auf. Verbündeten Kids gehören sich einfach nicht. Leute, da ist der A-Punkt. Raus. Ja, ich bin tot. Ah, ne, ich bin ja leichter. Und der Dark schafft's raus. Ja, und der Fauna schafft's auch raus. Ja, ja, ich bin grad im Internet. Warte, ja. Noch eine Sonnweinladung für dich und ich hau dich raus. Dich hau ich raus. Ich kann ja nicht zehn Meter vor A rausspringen. Ich hab den Bagger, dass sie über der Galaxy rausgesprungen wird. Danke, dass du mich rausgeworfen hast. Danke. Ich bin mal ganz kurz in der Besprechung. Jupp. Gernad, join your outfit. Hab mich da an. Hm, da muss ich schon fragen, deutsch. Ja, genau, das mach ich auch jetzt. Wer denn da, Mizzitis? Der ist auf jeden Fall nicht deutsch. Ich? Oh, der ist mein Pizidian. Ah doch, der ist deutsch, stimmt. Eben. Der schaut doch immer an unsere Videos, sonst hätte ich mich verwirrt. Was? Ich kann auch Engländer unsere Videos angucken. Ich gucke auch manchmal englische Videos und verstehe nur die Hälfte. Da war ein feiner Unterschied. Was ist jetzt da der Unterschied? Was die wahrscheinlich gar nicht verstehen. Die meisten zumindest. Ja eben, weil wir so einen geilen Dialekt haben. So, du bist ne Geister. Jetzt zeig ich dir mal meine Pultung. Achso, jetzt ist er doch zum Tof. Hat jemand einen Spion grad? Nein, hat sich gerade erledigt. Ach, der könnte ja meine Galaxy abschießen. Holst du vielleicht, äh, kannst du mal das Terminal hacken, dass ich mir da hinten ein Ding holen kann? Ne Max? Wann muss? Oh, scheiße. Wär's ja praktisch. Wo müssen du dein Terminal? Äh, da hinten ist doch ein Terminal gewesen. Bei, äh, 4. Bei, äh, 4. Bei, äh, 4. Okay. Ah, das ist auch kaputt, das ist auch kaputt, hat sie erledigt. Na toll, dass euch die Galaxy noch verlaglässigt und jetzt bin ich noch drauf gegangen mit hier. Oh, scheiße. Ja, soll ich da nicht fehlen? Na ja, kam fast. Mehr, zwei Minuten noch. Warum ist Dark tot? Warum wiederbelebt keiner Dark? Weil er in der Besprechung ist. Ja und ich wiederbelebt ihn trotzdem auch wenn er in der Besprechung ist. Oh, jetzt kommen sie. Bitte, jetzt krieg ich 75% der Mischung vom Eiergang. Ach, Dreck. Dreck, Mist, Bumse, Scheiße. Crazy Chris 2.0. Hahaha. So, noch 15 Minuten Leute, dann ist das Training offiziell beendet. Echt? Echt? Nein, zumindest meine Aufnahme ist dann beendet. Wollte ich schon sagen. Aber dann hat das Training ja eine Zeitbeschränkung. Ja, ich wollte gerade sagen, das Training endet eigentlich. Wenn die Leute aufgehen. Gut, ich geh in 15 Minuten auf. Erstens und zweitens, hätte ich gesagt, es ist 21 Uhr, aber du kannst es fahren. Ja, ne, ich geh vorher. Ja, ne, ich geh in 15 Minuten auf. Wo gehen wir hin? Wir haben da keine Leute mehr. Okay, du hast einen Sani. Nein. Wegpunkt bleibt gleich. Ja, ihr könnt euch alle einen Sani spawnen. Ich brauche Engie Helfer. Nummer 10. Crazy Chris. S. Bitte. Wird es hier eine Sani oder Künstlerleistung? Hochgeschwindigkeit mit Rivale wäre ich einfach durchgefahren. Crazy Chris? Dann bleibt man durchfahren können, oh mein Gott. Der Crazy Chris ist in der Besprechung oben. Ach so. Das darf man doch nicht. Das wird wieder so gut wie neu sein. Der wurde wohl gerade irgendwie verarscht fühlen. Ah. Und Samy, ne? Jetzt wurde ich nicht mehr verarscht. Was ich sind verschiedene Typen ab. Die haben das sicher alles gelegt. Die haben wir nicht mehr einen Tun. Was? Der hätte ihnen einen Headstop gegeben. Da ist ein Sani. Der wiederbelebt jetzt den anderen da. So. Jetzt bin ich zwei Minuten auf der Stelle gestanden, bis mich jemand geheilt hat. Ast. anti tank max ich muss unbedingt vor mehr sort punkte deutlich mehr sort punkte die tank max habe ich schön unter kontrolle aber wir sollten mich halt hier nicht so ganz allein stehen lassen so ich war gerade auf k habe ich nicht gemerkt ja ich möchte mich da irgendwo hin die pro schaße du hast ein lightning dreck neben dir direkt vor dir leute vorne lightning wo bleib stehen nein ich verrate ich bin auf der anderen seite und da komme ich eh nicht hin ja